Herzlich Willkommen hier im Goodison Park, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatoren-Team. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Könnte ein tolles Spiel werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Die zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonsphase, da ist das so etwas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. André Gomez! Gülfi Sigurdsson könnte auch heute wieder einmal im Mittelpunkt stehen. Unglaublich gefährlich, vor allem bei Standards. Dazu die Pässe, die Flanken, die für viel Gefahr sorgen. Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC Everton eingeblendet. Im Tor ist Jordan Pickford. Gülfi Sigurdsson steht mit André Gomez im Zentrum. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Danke, Goodison Park. Das ist die heutige Ausstellung der Gäste. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Anstoß, Everton. Richard Lison. Klasse Einsatz. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und hier diesen Pass. Weg ist der Ball. CDB. Well caught. Da passt er super auf und hat den Ball. Macht er gut. Gute Aktion jetzt. André Gomez. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Schirmt den Ball gut ab. Norwood am Ball. Die Pässe jetzt. Der Ball läuft gut. Sie verfallen nicht in Hektik. Warten auf die Lücke. Warten auf die Chance. Norwood. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ball an den kurzen Pfosten. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. André Gomez. Sigurdsson. Dominic Carverd-Levin. Klasse Aktion. Ball ist weg. Norwood am Ball. Norwood. Weg ist der Ball. Siegurdsson. Sieht gefährlich aus. Richard Lisson. Guter Pass. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Theo Wellcott. Gefährlich. Flanke jetzt. Und die Balleroberung. Wichtig. Kann er was draus machen. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Norwood. Sharp. Sander Berger. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Klasse Pass. Ball kommt rein. Das hätte gefährlich werden können. Dominic Carverd-Levin. Siegurdsson. 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 Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Höfis Siegurdsson. Jetzt kann er den Ball reinbringen. André Gomes. Siegurdsson. Das sieht durchaus vielversprechend aus. André Gomes. Ja, könnte was werden. Dominic Carverd-Levin. Lucastini. Klasse Einsatz. Faires Technik. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ballbesitz. Sander Berger. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Es ist eng. Die Zahlen drücken das klar aus. Keiner mit Vorteilen beim Ballbesitz. 0-0. Beide tun sich schwer, Akzente zu setzen. Wir sehen kaum Torchancen. Everton kriegt den Einwurf. Iwobi. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Und da gibt er Freistoß. Sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball in den 16er. Theo Welkow. Die Möglichkeit zu flanken. Weite Flanke. Nicht ungefährlich. Sie bekommen den Abstoß. Die Flanke. Die Flanke. Die Flanke. Die Flanke. sie wird son andré gomes enormes lauf wenn so mehr geht hier weite wege um sich den ball zu holen guter vorstoß kann was werden war ganz geduldig passen sie den ball da hin und her die abwehr ohne rechte chance da zuzugreifen sie beherrschen das kurzballspiel das ist vielleicht die chance durch die ecke da kommt der ball von sigurdsson da können sie klären höfis zielgutson ja da war noch einer dran gedecke da kommt der ball von sigurdsson guter einsatz ball ist erstmal wieder weg gute freistoß position das ist eine gute chance könnte die führung werden jetzt wenn er diesen freistoß nutzt ist super gemacht von torhüter erholt sich den freistoß drei minuten nachspielzeit kriegen wir nur dann war sander berge sie passen den ball gut aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende aktion super aktion das 0 0 zur pause bisher kein team mit entscheidenden vorteilen in dieser partie beide teams waren gleichwertig in nichts außergewöhnliches oder busche kann man so sagen wolf mal sehen ob eine mannschaft das kommando in halbzeit zwei übernehmen kann jetzt geht es weiter der ball rollt in dieser zweiten hälfte auch das war wieder ein exzellentes zu spiel gute aktion keine gefahr die flanke wird abgeblockt nun walker sie die b sie kurz schöner pass die wahlkopf weite flanke die ungefährlich gut aufgepasst so wird das hier nicht gefährlich darüber der forderte ball macht er gut weg ist der ball kommen wir zur leistung von güffi sigurdsson im ersten spielabschnitt was sagst du dazu also wolf noch ist das zu wenig für einen spieler seiner klasse sehr sehr eigenartig zurückhaltend er muss das spiel jetzt stärker an sich reißen ein unentschieden kann nicht genügen was macht er draus fängt den steilpass ab es war wichtig klasse zu spiel den ball kann erklären nun wird das wechsel auf beiden seiten geben gefährlich richelison jetzt könnte die flanke in den strafraum bringen kann klären aufkosten dieses einwurfs andré gomez richelison super dazwischen gegangen die hier das könnte vielleicht was werden die wobe lukastin hier er ist da und hat den ball gut den körper eingesetzt shop sie verlieren den ball im moment kommen sie nicht richtig durch die abwehr steht gut ein guter doppelpass jetzt gefährlich die hier erwarten lässt den ball klasse laufen ja könnte was werden er folgt das wohl nicht ab sondern gibt vorteil sehr gut gemacht von unterteisen jetzt wird zeit für die flanke die wobe klasse wie er da hingeht gibt einwurf und jetzt hat er feierabend ordentlicher auftritt denke ich die flanke andré gomez jetzt die flanke er verhindert die flanke er hat den krieg den einwurf Ballverlust. Sharp. Da haben sie jetzt den Ball. Erneut so ein hervorragender Pass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Ein berechtigter Freistoß. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Norwood. Norwood. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sehr guter Einsatz. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Sieg treffen. Macht er gut. Klasse Pass. Kommt jetzt die Flanke rein. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene technisch. Da ist das Tor. Nichts ist es mit dem Treffer. Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Und hier die Wiederholung. Was sagst du, Buschi? Richtig entschieden. Gut vom Assistenten. Gerade bei dem knappen Spielstand. Der Blick zur Uhr. Noch sieben Minuten. Sander Berge. Kann er was draus machen? Gut den Ball verteidigt. Ball kommt in die Mitte. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Was macht er draus? Da passt er auf und kann klären. Na, aber dann Ball. Scharp. Jetzt vielleicht die Flanke. Liss-Mousset. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat es gedauert. Und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi. Vielleicht Führungstreffer, Kurzvorschluss, ob sie das halten können. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. Drei Minuten. Iwobi. André Gomez. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Mason Holgate. Dinier. Richard Lisson. Das Spiel ist vorbei. Der Schluss für Wissertöns. Den Sieg heute haben sie ihrer starken Defensive zu verdanken. Ja, und da gehört das ganze Team dazu. Nur wenn sich wirklich alle Spieler diesem Defensivkonzept unterordnen, kann man damit auch Erfolg haben. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Das ist natürlich das Entscheidende. Das ist natürlich das Entscheidende. Vielen Dank.